hey leute und willkommen zu einer weiteren folge von the forest okay so heute natürlich mal wieder zusammen mit dem floh wer jetzt gedacht also wir sind wieder hier an der selben stelle wo wir letztes mal aufgehört haben wir sind hier kurz hingelatscht und ja du weil ich ne pussy bin würde ich sagen gehst du da jetzt mal vor ich war ja eh gespannt was da oben jetzt ist ne so vielen dank übrigens wieder für 12 nützliche kommentare mich würde es natürlich freuen wenn ihr dieses mal wieder nützliche kommentare in die kommentare schreibt ich würde sagen hier geht's gar nicht lang doch hier geht's doch hier ist ein ding als man steinmauer und eine steinmauer soll es anscheinend bringen also die ist anscheinend gut lassen wir hier lang willst du nicht weil das holz zerstört meine facke ist einfach auch war der kraft war der kraft war er kann ich weiß nicht was da hinten ist dahin sind halt bestimmt mulluchs nein doch hinter irgendein okay auf jeden fall sollen wir das baumhaus noch mal einrahmen mit so einer kleinen steinmauer so ich das verstanden habe und halt die große steinmauer könnten wir auch fertig machen bis jetzt nicht so ging aber ja schon ganz chillig und ja ich würde sagen ich mach das mit der axt alles in köpfen junge junge ich habe nur angst dass jemand ist jetzt eine kassette hast du ja ich habe übelst viel alkohol bekommen das heißt monotor ich würde mal in die andere in das in die andere sparte bis bevor wir hochgehen wir wissen ja dass es aber ja noch wir wissen ja dass sie hoch geht warte 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 ist ja du mit der facke soll es vor allem nein ich habe eh keine facke ich rüstet einfach die axt aus wollen wir sehen ja was wo junge ja wir sehen absolut was hier ist einfach nichts nimm die medizin mit ich kann die nicht nehmen ich habe schon genug euch auch schade ich fühlt mein inventory als ich habe ein feuer ausgemacht ich bekomme voll schnell Hunger du auch hier medizinern ja das nix bringt nicht so viel willst du hier lang erst gehen oder wollen ja okay lass mal gehen mein zeichen der facke machen ja ja für den dann schon als ob man die immer wieder neu machen muss ist der richtige rotz ja die geht immer kaputt irgendwie weil das ding ist wenn einmal dann was ich was aufhebe und die in mein inventory geht ich hab so ein gefühl ich auch was ganz böses könnte sein da ja da sind da oh mein gott das ist so ein fetter weg aber sofort das war ein spinnending ja ja das ist so ein ganz fetter den haben wir damals in der jacht auf dem auf dem bild gesehen gegen den kommen wir nicht an wir sind wir haben gegen den letzten schon schwierigkeiten gehabt gegen den anderen fetten und der ist zu fett also das ist zu hart ich glaube der ist noch stärker also auf jeden fall sehr saustark das weiß ich leute übrigens nur so als keine rand info es ist gerade 20 uhr 21 und nachts bin ich noch schreckhafter als sonst auch schon nachts ja nachts abends wenn wir jetzt noch drei stunden ich sehe nur schwarz ich auch nur unten auch noch weiter höher weißt was ich glaube ich glaube das ist der eingang bei den wo wir eigentlich rein wollen nach rechts jetzt und ich glaube da hinter dem endgegner oder hinter dieser spinne da wäre das katana gewesen das ist sicher aber meine vermutung alles haben über zweiter weg wo wir gelaufen sind auch deswegen glaube ich jetzt irgendwie nicht aber ja wenn es so wäre dann müssen wir noch mal runter laufen wir dann einfach an den vorbei das funktioniert nicht du willst du wirklich besiegen wir müssen das funktioniert nicht der geht das ist ein ausgang wenn es jetzt das war werden von wir werden schon wieder von tausenden mullucks ja noch nachts immer bisher haben wir ja nichts produktives gemacht das ist halt echt nach ich bin noch nicht da nun sind von ich habe keine ausdauer das ist ein hase und das hat gelegt ein anderer ausgang ja klar die können wir uns jetzt aber nicht markieren oder baum warte mal beschütze mich mal das ist die taktik des lebens ich kenne das gar nicht das ist mir gerade eingefallen ohne scheiß ja ein kleines häuschen bauen ja ist doch egal wir sehen wir den dingen sehen wir dass wir hier mal was bauen wollten mach doch nein das weg das sind baumstämme das dauert viel zu lang nein wir sollen es ja nicht machen wir sehen nur von weiten hier dass wir hier mal was bauen wollten ich dachte ein kleines lager laufen jetzt einfach zurück zu uns und und suchen ja wo wir eigentlich rein wir suchen die hülle wo wir eigentlich ein wollten denn ich habe die glaube ich sogar im schnitt ganz kurz ganz leicht in der ecke gesehen du solltest nicht gern bleibt mal bitte stehen weil ich habe nicht so viel ausdauer und wir verlieren dadurch viel hunger und ohne ausdauer gegen die zu kämpfen da habe ich wieder kein bock drauf wie so ein ding ins machen so wie heiß ist hasenfalle genau hasenfalle dass wir hasen irgendwie rein locken können also die die steinmauer werden die steinmauer hier werde ganz cool ja wenn du drauf packst und mir sagst du uns fertig ist ungefähr das sind die spinnenviecher was für spinnenviecher ja da hinten die kommen auf uns zu das oh mein gott was abspeichern abspeichern geschirr schnell und speicher ab das ist aber nicht das spinnenvieh das ist aber ein anderes dickes hast du es gesehen da waren zwei ich kenn den das ist den habe ich auch schon oft öfter mal gesehen in videos aber das ist nicht die spinnenvieh das ist so ein anderes dickes wir müssen angeeifen das ist keine gute idee jetzt okay wir müssen doch weg der zerstört jetzt was jetzt zerstört was wir müssen den killen wir müssen den killen der ist ja ich glaube ich glaube ich glaube sieht das eklig aus der macht helft leben alter ich war fast tot ja er zerstört ja zerstört ich bin auch fast jung ich bin tot ich bin tot fast der baum ist mitten auf meine fresse gefallen ich kann nicht helfen ja ich weiß nicht der hält noch voll viel aus und ich bin tot jetzt ich nehme medizin nee wir müssen den neuen laden ich bin tot der hat unser baumhaus zerstört wir müssen vorher angreifen bevor wir das baumhaus kaputt machen lassen tun haben wir brauchen echt eine stärkere waffe die moderne axt oder das katana dann gehen wir jetzt halt in die höhle danach ja ja will ich ja ich wollte eigentlich von anfang an die höhe aber das hast ja gesehen dass mit dem der mauer wäre schon wichtig wenigstens die kleine mauer hier fertig zu kriegen ja ja du kriegst halt nur sowas von mir ich ersatz noch ein snack ich habe eh genug hast du es gesehen was hast du es gesehen was leuchtfeuer geschossen guck mal das ist jetzt liegt jetzt da unten ja gut dass du damit rumstehst ich hatte ja die ganze zeit verlangen kann ich habe dich so ist es tut mir leid nein ich fall hoch können wir uns bitte hier einfach verstecken bis es wieder tag wird man ich habe angst weißt du wo die Höhle ist jetzt ja ungefähr n wir werden wieder sterben also wir sind ich erst bin es ist weil die so an die gute sind die Blaubeeren er ich erst auch mal Bären man glaube denn sind gut es sind wo bist du denn ich habe das Bärmich ist warte mal mal gucken ob wir Leute es schon sehen da ist einer der kommt so ein Arsch alter ist ja schnell da können sie kommen zwei zwei sind da ich mach die hintere oh da kommt du scheiß Pisser alter Pisserin weißt du was mir auffällt ich habe keine Rüstung ich auch nicht ist halt so als ob du ihn nicht hast ja das Ding alter oder komme hä? wo? er ist neben dir das immer langsam hauen und dann kurz weg hauen oh lol der hat mir die Hälfte gezogen als ob helf jetzt mal steht da rum ich bin ich habe die Hülle gesucht faules Stück hier da ist rein alter das hier aber ich blute kein Bock mehr ich bin so low ne ich blute ja geh runter da unten ist nix ist da Wasser vielleicht ich muss unbedingt ins Wasser es leckt wieder er da geht's warte mal es gibt einen Trick dass man sich vorbeischleichen kann da ist er der fette rechts 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 da siehst du nicht wo du nicht siehst es direkt vor dir gerade aus vor dir im Wasser ne ich weiß aber nicht welche Richtung wir gehen müssen wo das ich glaube hier da doch sneaks wie Sneakmann nochmal ich weiß es nicht Steuerung äh CDR Steuerung ganz langsam du warte es nicht hast du Axt in der Hand aber ich bin low half half live warte lass mich mal Medizin essen bleib mal kurz stehen doch hier könnte man sich echt vorbeischleichen ich weiß nicht ob da noch andere ist ich weiß nicht mal ob da das Katana ist ob wir an ihm vorbei müssen ob das hier geht er kommt ich hab mega kacke in der Hose hier ist es ja hier ist es hier ist es Katana glaube ich da steckt im Körper drin hier 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 siehst du es ja wir haben es ja hast du es genommen jeder hat es gehe ich auch oh das ist geil wir haben das wir haben es Katana okay mach das viel mehr Schaden ich weiß es nicht es ist auf jeden Fall besser man kann es auch noch verbessern aber es ist besser und wir sind an ihm vorbeigekommen oh zünd mal hier Feuer an mach du ja hab ich schon alter war das Armbanduhren mitnehmen auf jeden Fall warte mal aber hier kann man nicht speichern oder doch wir machen uns ein Haus zack okay abspeichern wollen wir auch schlagen ah ne können wir hier nicht ne können wir noch nicht ey mega gut aber wir können es hier stehen lassen nicht reinbüller sondern stehen lassen hey du bist richtig klug gegangen wir haben hier richtig echt gut umgangen ist jetzt hier noch was das ist die Frage ja ich weiß nicht mich wundert halt dass der Boss an der schlechten Stelle ist und wir hier ne trinken voll ding voll also wir speichern jetzt nochmal ab würde ich sagen dann haben wir das Katana eine Taschenlampe und so und dann testen wir jetzt einfach wo habe ich die Taschenlampe die ist neben Katana ach hier ähm ja jetzt testen wir dann einfach mal huch ähm wie 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 wo geht es hier lang sind wir von hier gekommen ok dann testen wir einfach wie stark das ist und testen es einfach mal an dem Typen ob vielleicht noch dahinter was ist das wissen wir jetzt nicht das lassen wir trotzdem sehen langsam aber rüst deine Katana direkt aus ja wollen wir mit Molotow vielleicht machen wollte ich grad sagen das sollen wir mit Tolotow machen das wäre auch gut ja dann rüst du dann Molotow dann aus also nimm schon mal den Molly in die Hand soll ich ja wir probieren es gegen dir jetzt zu kämpfen ich bezweifle dass dahinter was ist aber wir gucken einfach mal aber wir haben ja eh gespeichert dann kein Problem und das ist saugut dass wir es Katana haben und dein Schleich wirklich krass ja da sind vier Molotow drei Molotow und der Fette ich sehe keinen ich sehe alle ne zwei Molotow sind es eines nur doch drei doch drei 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 und der Fette ich bezweifle aber dass hier was ist ok pass auf jetzt warte 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 ich gehe schon in den Angriff ich habe schon angezündet ah die sind im Wasser was bringt das wenn du das im Wasser wirfst du hast den auf und drauf geworfen ja auf den anderen Molotow aber scheiße er kommt auf mich du musst ihn angreifen ich habe nur den Molotow für den will ich dir nicht verschwenden Katana stark genug der Fette macht gar nichts oh ich muss ich muss ausrüsten ich rüste aus ich komme halt der lebt noch hä what the fuck ich bin noch geduckt wenn jetzt der Fette kommt haben wir ein Problem ja der Fette kommt ok es ist so ein wie wir daheim hatten ja ich weiß schon ich zünde an kommst du zurecht der ist nur noch der Fette nur noch der Fette komm 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 ok ok los 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 mach 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 da ist noch einer Hilfe Hilfe warte ja ich rüste aus Katana ich kümmere mich um den Molok ey ich bin übel slow fuck 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 ich muss weg ja geh mal weg nein geh weg nein 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 ich muss mir die ziehen ja kein Problem er sieht mich anscheinend nicht zack ok er sieht mich du musst hin du musst hin du musst hin du musst hin bis ich mein Katana ausrüste er schlägt mich du musst hin bis ich mein Katana ausrüste aber er geht voll auf mich nein so ich hab das Katana los 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 geh du drauf geh du drauf boah das schlägt ja richtig schnell ja ich bin aber fast tot ich falle ja er ist auch down ich bin aber ich hab kein mein Bildschirm ist so schwarz medizin 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 aber ich glaub das war's jetzt ja ich lädt grad auf medizin jetzt war übelst gut eigentlich das Katana schlägt schnell ich weiß nicht ob es viel Schaden macht aber es ist richtig schnell hast du es gemerkt du kannst übelst schnell schlägt und du verlierst voll wenig Ausdauer dadurch ich muss ins Wasser wenn es geht ne hier gehts weiter hier muss da noch was sein oder ist hier vielleicht ein anderer Weg zu dem gleichen Punkt wo wir das Katana gefunden haben aber das wäre doch unlogisch die Fragen die stellen sich jetzt ich würd sagen das sehen wir alles in der nächsten Folge und ähm ja wenn euch die Folge gefallen hat wie gesagt Spannung muss natürlich immer sein ich weiß es ist assi aber es muss sein ähm ich würd sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst Wertung da schaut auf jeden Fall am Samstag wieder rein Tipps und Tricks in die Kommentare bis dahin haut rein ciao ciao ciao